so war mal die zähne noch ein bisschen davon so mal hier so ein auto sogar so ein bisschen GTA-Feeling hat das Spiel ja ich bin jetzt auf grün und ich will diese Gegend jetzt auch befreien wenn ich weiterkomme in dem Spiel und dann endlich mal Schluss ist ich habe jetzt keine Ahnung wie lange ich jetzt heute aufnehmen aber das Spiel wird richtig Spaß machen noch ja langweilig richtig langweilig hier den ganzen Tag die Gegend rumzufahren es gibt Schlimmeres der Mars ich bin mal gespannt die irgendwann mal die Menschen in der Zukunft den Mars besiedeln bin ich echt mal gespannt und das muss beiderweise schon runterfallen so immer zerstören bis es dann mehr geht so das erste Gebäude haben wir ja jetzt kommt das zweite das hier dann nehme ich mal hier verteile mal die Bomben jetzt haben wir das auch zerstört jetzt haben wir das auch zerstört jetzt muss ich mit dem Vorschlag zusammenarbeiten der Tor muss mal Schichte schreiben so ich hau mal ab so ich hau mal ab so von deiner Munition her Spannung muss sich wieder ne so so zerstört so so irgendwo sind Feinde kommt da einer ich nehme ich mal die Schruti so warte mal bis sich die Energie umfüllt so 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 die Munition aber wohl kein Problem ich hab noch hier eine Kiste gesehen irgendwo da ist er so dann wollen wir mal los das Zeug so jetzt haben wir auch wieder voll so jetzt haben wir wieder auch voll so das das so das das So, da haben wir das auch zerstört. So, dann gehen wir mal schnell hier weg. So, nehmen wir nochmal so eine Kiste mit. Position. So, hier ist noch ein Gebäude, was zerstören werden muss. Dafür gehe ich erstmal rein. So, hier ist noch ein Gebäude. 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 So, zerstört. So, hier ist noch ein Gebäude. So, hier ist noch ein Gebäude. So, hier ist noch ein Gebäude. Hier ist noch ein Gebäude. Das geht auch. Dann hauen wir es eben mit einem Vorschlagshammer oder kaputt. Mach ich mal lieber von innen her. So, hier ist noch ein Gebäude. 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 Oh, was ist denn hier eigentlich los? So, ich muss ja irgendwo noch eine Kiste sein, das sei jemand Das ist ganz schön hart, wirklich ey, das Gebäude Na, explodieren schon So, hab ich dann noch So Jetzt geht's weiter im Text Komm her, Papier Hallo Geh her, das Fahrzeug Komm her jetzt Sau da, Papier Vielleicht stört das Ding da oben So So, dann fahren wir da jetzt hin Zerstören haben wir Wir müssen aber erstmal die FWF wegjagen So, da oben ist nämlich Kiste So Der hat einen Panzer So Das ist ein Panzer Nee So 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, ne Das heißt, mal schnell weg, jo Irgendwo hinfahren, irgendwo hinfahren Irgendwo, wer ich sicher bin Mann, oh Mann, oh Mann Vielleicht fahr ich erst mal nochmal da hin Diese LWF, ey, die geben nicht auf Die Säcke Raue ich jetzt ab Besser ist es Oh